Waren Sie zufrieden mit den Einreichungen? Generell ja, es zeigte sich in den Einreichungen eigentlich das gesamte Spektrum unserer Spa-Industrie, sowohl in der Breite der Sortimente als auch in der Tiefe der Konzepte. Waren eine ganz besondere Überraschungen dabei? Eigentlich für mich persönlich jetzt nicht. Schade, dass viele so mit ihren Kompetenzen ein bisschen hinterm Berg gehalten haben. Also uns mit zu wenig Information zu Konzept bestückt haben. Das heißt, die Branche hat mehr Potenzial als das, was wir auf den Tisch gekriegt haben? Einige der Marken können mehr als das, was sie hier an Unterlagen eingereicht haben.